Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie eine liebende, aber auch verzweifelte Mutter ihr Junges vor einem Rudel gefährlicher Löwen schützt. Viele von uns finden, dass Löwen wunderschöne Geschöpfe sind, doch auch wenn es der Lauf der Natur ist, bricht es einem das Herz, wenn man einen solchen Kampf sieht. Auch ich würde ohne Rücksicht auf Verluste für meine Familie kämpfen. Wie stehst du zu diesem Thema? Würdest du kämpfen, auch wenn du selbst dabei verletzt wirst? Schreibe uns deine Meinung gerne im Anschluss in die Kommentare, abonniere kostenlos den Kanal und lasse uns gerne einen Daumen da, wenn dir das folgende Video gefällt. Ich spreche im Übrigen von Büffeln, welche bis zum Schluss für ihre Babys kämpfen. Als Büffel bezeichnet man in der deutschen Sprache mehrere Arten von afrikanischen und asiatischen Rindern. Der asiatische Wasserbüffel und der afrikanische Kafernbüffel sind am bekanntesten. Afrikanische und asiatische Büffel unterscheidet man nicht nur nach dem Kontinent. Bei den meisten afrikanischen Büffeln ist das Horn nach unten gebogen, zumindest dort, wo es aus dem Kopf herauswächst. Bei den asiatischen Büffeln ist es dort nach oben gebogen. Umgangssprachlich, aber nicht in offiziellen Artbezeichnung, wird auch der amerikanische Bison als Büffel bzw. Indianerbüffel bezeichnet. Aber Bison und Büffel sind nicht dasselbe, auch wenn beide der Gattungsgruppe der Rinder angehören. Je nach Art des Büffels können sie bis zu 2,6 Meter lang und 900 Kilo schwer werden. Ein Bulle paart sich meistens mit mehreren Kühen. Die Tragzeit beträgt 9 Monate, wie eine Schwangerschaft bei den menschlichen Frauen. Sie bringt immer nur ein einzelnes Kalb mit etwa 20 Kilogramm Körpergewicht zur Welt. Nach wenigen Minuten kann es schon aufstehen und nach ein bis zwei Tagen mit der Herde mitlaufen. Als erstes zeige ich euch die Geburt eines Büffels. Das kleine und noch schwache Baby fällt gleich als erstes auf den harten Boden. Nachdem das Muttertier es aus der Fruchtblase befreit hat, wird es erstmal geputzt. Direkt im Anschluss fängt das Junge an, seine ersten, aber noch schwachen Schritte zu machen. Diesen schönen Moment kann das Muttertier leider nicht lange genießen, denn das Löwenrudel sieht in dem Baby leichte Beute. Ein Muttertier hat es sehr schwer, ihr Baby allein gegen einen Rudellöwen zu schützen. Sie sollte es schnellstmöglich zurück zur Herde schaffen, denn die Herde schützt ihre Mitglieder mit gemeinsamer Kraft. Es ist nicht selten, dass ein Löwe von einer Herde büffeltot getrampelt wird. Auch die Hörner sind ein guter Schutz vor Angreifern. Sie werfen mit Kraft ihrer Hörner und ihres starken Nackens ihre Angreifer in die Luft. Auch kommt es vor, dass sie ihre Angreifer mit ihren Hörnern aufspießen und so töten. Löwen gelten zwar oft als Könige der Tierwelt, doch in der Unterzahl sind sie meist verpflichtet zu flüchten. Noch einen interessanten und nicht sehr häufigen Kampf seht ihr nun zwischen einem Tiger und einem Bären. Der Lippenbär ist mit bis zu 1,80 Meter Körperlänge und bis zu 90 Kilogramm etwa so groß wie ein Mensch und damit dem bis zu 300 Kilo schweren Tiger deutlich unterlegen. Trotz dessen scheut sich der Bär nicht, sich gegen seinen Kontrahenten zur Wehr zu setzen. Man sollte meinen, dass die Bären sich zu zweit schützen können, doch einer der beiden hat die Chance genutzt, um zu flüchten. Immer wieder nutzt der Bär seine Krallen und schlägt zurück. Auch wenn der Kampf nahezu zwecklos ist, gibt der Bär nicht auf. Er nutzt seine Stärken und Fähigkeiten, um sich zu schützen. Der Bär gibt alles, doch ist seine Kraft bald aufgebraucht, sodass er seine letzte Kraft nutzt, um auf den Baum zu klettern. Auch der Tiger kann gut klettern, doch auch er ist geschwächt und schafft es nicht, an den Bären ranzukommen. Irgendwann gibt der Tiger auf, sodass der Bär hinunter kommt und seine Flucht antritt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch viel Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Bis bald!